so leute wir haben jetzt morgen und wir sind jetzt hier in shivita weg ja frühmorgens wir haben jetzt gerade halb acht und es war ein bisschen komisch der hat gesagt wir legen um ab 6 uhr an und sind um 7 uhr fertig mit dem anlegen war ich dann wach hat das angeguckt da hat dann da aber gar nicht angelegt da waren wir noch gar nicht da habe ich mich wieder hingelegt und dann hat er dann vorhin doch angelegt und ich habe das nicht gemerkt aber egal jetzt sind wir auf jeden fall da und man kann da sehen oder ich glaube man kann das nicht sehen das blendet zu sehr mit der sonne aber auf jeden fall nachher könnte ich das euch noch mal zeigen da hinten ist ein schiff an einer seite vielleicht auch an der anderen seite voll mit batman sachen voll gespult oder ob das so gewollt ist oder nicht weiß ich nicht auf jeden fall ist das da so batman schiff ja und wir werden ja heute nicht von bord gehen weil 90 prozent der schiffe sind ja weg deswegen ist das schiff sehr leer und dann könnte man denken uns allein am schiff weil es alles schon leer kann man alles hundertmal rutschen und wird dabei nicht gestört zum beispiel werde ich ja heute auch alles filmen weil heute sehr leer ist und ja ich würde sagen das war es dann auch schon ich wollte ich nur mal eben schon mal hier am anfang kleinen einblick gehen wie es hier im hafen von chimitarecki aussieht und dann würde ich sagen sehen wir uns bei den anderen videos tschau leute